Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Silent Hill 3. Ich mach mein Zimmer dunkler. Es wird doch heller als gedacht. Noch dunkler. Noch dunkler. Noch dunkler. Es geht weiter im Gefecht. Von... Hehehe. Äh, ja. Ich muss mich erst mal wieder in die Steuerung gewöhnen. Ich mag die Musik voll. Und rin. Durch das Fenster. Wir rennen irgendwie komisch, fällt mir grad so ein. Obwohl, das ist doch nicht komisch. Okay, ich höre irgendwie nur die Schritte. Da, kaputt. Ich bin nicht täuscher, war ich hier schon mal. Sie ist abgeschlossen. Die können wir nachher öffnen. Wir haben keine Waffe. Ach. Ach, hier. Jetzt weiß ich, warum er auf Windows 7 so sehr berunkelt hat. Zu wenig Arbeitssprecher. Ein Gigabyte Arbeitssprecher. Und Windows 7 passen einfach nicht. Folg mich nicht, wir gehen irgendwie da runter durch. Ich kann auf das... Ich kann ein paar Jahre einschstellen. Wie ich habe eine Anstattung, ein paar Zzzz. Das ist ein paar Zzzz. Das ist ein paar Zzzz. Das ist ein paar Zzzz. Ich kann mich nicht. Das ist ein paar Zschz. Stehenbleiben. Stehenbleiben. Komisches Gesicht. Stehenbleiben. Ähm... 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 Ich hab keine Ahnung... Boah, ey... Die Szene ist so verdammt hart. Äh, auf keinen Fall, dass was... Auf keinen Fall... Oh, Mann... Den Untertitel habt ihr wahrscheinlich schon längst gelesen, ne? Den dürft ihr auf keinen Fall diesen, das ist aber anstecken. Es ist ein Monster... Ach, ist doch das Monster mit den komischen Händen. Was hat es gegessen? Dass es tot ist? Für mich sah das eher nach einem Mann aus. Ne? Wir haben nur Schuss. Hallo? Ich frage mich, ob wir denn noch eine Wahl haben. Hier lag irgendwie Munition drin. Egal, vielleicht kommt die Munition noch. Aber die schlimmsten Feinde sind eigentlich die Hunde. Ach... Tür. Ich werde eigentlich so lange filmen, wie möglich. Wir haben's verstanden. Wüsste ich jetzt eigentlich auch gern, wie man... Eigentlich kann man auch das nur auf Tastatur spielen, aber egal. Hier ist Mausfuß. Okay. Merken, das ist abgeschlossen. Ah! Da ist eine Karte. Warum wusste ich das ganz einfach? Nur so. Erste Etage. Das ist das Einkaufszentrum. Das ist doch schon mal... Ach... Warte. Konnte ich speichern? Egal. Gucke ich gleich nach. Okay. Aus. Achso. Der grüne Fall sind wir. So, wenn ich jetzt eine Maus hätte, dann hätte ich zeigen können, wo wir schon waren. Und nicht. Also. Na, gehen wir in den beiden Türen hier unten noch rein. Aber ihr könntest euch wahrscheinlich denken, wo... Okay. Ich denke, man kann nur ein Bestimmungs... Das nicht jetzt etwas... Hä? Was stand da? Natürlich ist er koppelt. Jetzt gucken wir... Blah. Tolle Kamerafahrt. Okay. Da kann man ja her. Dann gehen wir hier ein. No. Und ich kann... Ich hab auch nicht immer gedacht, da kann man nur bei diesen Dingern speichern. Naja, was solls. Bei den Dingern ist man auf jeden Fall sicher. Ist das denn? Oh, wie viel? Wie viel? Oh, blöde Musik! Blöder Hund. Lass mich. Du bist nur ein Hund. Ein Hund bist du nur. Ein netter Hund. Ein Hund, der mich beißt. Okay, Messer, schlechte Waffe. Und ich treffe irgendwie immer nur den Zweiten. Oh, Mann. Wenn ich gleich sterbe, ist es eure Schuld. Also meine. Ach, herrlich. Ich bin, ich pep' da immer. Das ist mir die Munition eigentlich zu schade. Hilfe! Moment mal, warum ist das rot? Das Blut ist nicht violett. Ach so, das Ding ist tot. Noch was zur Sicherheit. Getrocknet. Sie ist tot. Ähm, Schott. Oh, so, nur blauer Status. Äh. Da wir jetzt hier das Heid speichern können. Ich fühle mich jetzt was verfolgt. Ich hab' diese Symbole schon mal gesehen. Na ja, man kann nur da mitspeichern. Na ja, man kann nur da mitspeichern. Jetzt hab' ich ein wichtiges Material übersehen. Verdammt. Verdammt. Könnt mich nicht. Ich fress's Händen. Ich könnte... Boah, zur Hölle. Nein, ist immer nur gut. Ha, Hilfe. Da ist das Ding, das wir brauchen. Ich kann auch wieder wegrennen. Vertraut mir, das ist bisher so. Hapapalala. Ich weiß nicht, ob sie Musik hört, aber wahrscheinlich eher nicht. Deswegen, Kommentare zur Musik. Sie ist einfach nur schrecklich. Schrecklich gut. So. Weitin. Äh. Das war schnell. Oh, was ist das? Der Anschluss. Ha, ha, ha. Wie's ges-. Ah, ja, gut. So. Wie's weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Und dann soll ich wieder tipps. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.